Anna Heiser führt mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Namibia eigentlich ein glückliches Leben, doch jetzt nimmt sie sich eine Auszeit von ihrer Familie. Was ist da los? 2017 lernte Anna Heiser ihren Gerald in der Datingshow, Bauer sucht Frau, kennen. Mittlerweile schwebt das in Namibia lebende Ehepaar mit ihren zwei gemeinsamen Kindern, Leon und Alina, im Familienglück. Nachdem Anna 2020 eine Fehlgeburt verkraften musste, freuten sich die beiden umso mehr über ihre Sprösslinge, jedoch scheint das Muttersein derzeit an Annas Nerven zu zerren, und deshalb nimmt sie sich jetzt eine Familienauszeit. Anna Heiser, ich bin eine Rabenmutter, in ihrer Instagram-Story erklärt sie, dass sie abgehauen sei, da sie eine kleine Pause brauche, und nennt dabei auch das Wort Rabenmutter. Ich habe mir ein Hotelzimmer in Windhoek gebucht und bin jetzt nach Windhoek gefahren, erzählt sie ihren Followern weiter. Die Kinder habe sie bei Gerald gelassen. Aber was ist der Grund für ihren plötzlichen Exit, und wie lange wird sie ihre Familie noch alleine lassen? Anna Heiser, das ist der wahre Grund für ihre Familienauszeit. Die 33-jährige Auswanderin ist bekannt dafür, ernste Themen nicht zu verschweigen, und spricht offen über ihre psychische Gesundheit. Verurteilt mich, aber ich konnte nicht mehr. Ich musste mir eine Pause gönnen. Jetzt, nicht morgen, nicht übermorgen, nicht in einem Monat, jetzt. Ich liebe meine Zwerge über alles und merke bei diesen Zeilen, dass ich die ganz dolle vermisse. Aber ich habe beschlossen mir die eine Nacht für meine psychische Gesundheit zu schenken, veranschaulicht sie ihre aktuelle Situation in einem neuen Instagram-Post. Anna wolle einmal nicht alle fünf Minuten, nein, sagen müssen, und ihr Geduldsfaden sei in den letzten Tagen sehr kurz gewesen. Kurzum möchte sie ihr Familienleben wieder genießen können, und gönnt sich aus diesem Grund eine kleine, aber feine Auszeit. Wenn es euch nicht gut geht, geht es euren Kindern auch nicht gut, betont sie am Ende noch einmal. Anna Heiser Das sagen die Fans zu ihrer Auszeit. Die Kommentare sind zwiegespalten. Einerseits wird die zweifach Mama mit Worten wie Was für ne Jammerlise Und Der arme Mann Denkst nur an dich, hast ja echt hohe Ansprüche Verurteilt Anderseits findet sie durch Können wir mal bitte einfach aufhören uns dafür zu entschuldigen, dass wir Menschen sind, nur, weil wir eben zufällig gerade Kinder haben? Und, schön, wenn dir dein Mann eine Pause gibt Ist leider nicht selbstverständlich, auch viel Zuspruch Andere vermuten wiederum, dass es zu Hause gekracht haben könnte, und sie deswegen abgereist sei Was auch immer im Hause Heiser passiert ist, Anna ist sich gegenüber der Community keiner Rechenschaft schuldig, und setzt durch die Priorisierung ihrer mentalen Gesundheit ein Zeichen, an dem sich noch viele ein Beispiel nehmen können Als Pettbewerbs Las Pettbewerbs Buttrung Und